Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within, wo wir gerade das XCOM Hauptquartier verteidigen müssen. Ich hatte letzte Folge auf einen höheren Schwierigkeitsgrad hochgeschaltet und praktisch direkt danach kam dann dieser Einsatz hier, bei dem wir das Hauptquartier von XCOM gegen die Aliens verteidigen müssen. Die erste Folge war großartig, im Guten wie im Schlechten. Es hat viel Spaß gemacht, ist aber auch ziemlich anstrengend. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, guckt sie euch an, sehr sehenswert, um zu verstehen, was für eine Situation wir hier gerade sind. Wir haben schon einige Verletzungen und auch ein paar Verluste hinnehmen müssen, aber noch niemand wirklich wichtig ist, hauptsächlich Statisten. Und im Prinzip haben wir jetzt diesen Delta-Bereich, also da, wo der HoloGlobe steht, haben wir im Prinzip ausgeräumt und die nächsten Gegner kommen jetzt hier in der Mech-Bucht. Was mich daran erinnert, dass ich jetzt wirklich gerne einen Mech hätte. Also so richtig gerne. Aber ist mir noch nicht beschienen. Ich sag mal, wo ist... Achso, die Leute habe ich schon noch gezogen, Bär. Bonus kann sich noch bewegen. Bonus hat auch einiges abbekommen und hat nur ein Sturmgewehr. Ich glaube, ich werde mit ihr nicht mehr viel machen. Hauptsächlich Feldposten. Steht sie tatsächlich auf? Okay. Dieses Rekruten hier wurde zu Ende der letzten Folge von einem Crystaliden gebissen. Und steht deswegen jetzt wieder als Zombie auf. Immer ein Treffer. Schön. Ähm. Oh, Musik ist auf dem Ohr so laut. Okay. Ähm. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie wieder aufsteht, weil diese... Die eigentliche... Ah, das ist eine Zentral. Ähm. Ja, ich war mir nicht sicher, weil es gibt eigentlich noch so eine Spezialanimation, wenn Crystaliden ihre Opfer mit Eiern versehen. Konnte man vielleicht in einem der Terroreinsätze sehen, als sie das mit einem Zivilisten gemacht haben. Denn das ist ja bis jetzt unser einziges XCOM-Opfer an die Crystaliden. Äh. Und das war... Hatte sie halt sicher nicht abgespielt, aber anscheinend... Ähm. Haben wir da doch ein... Ein schönes... Ja. Ein Zombie-Leinchen. Ein... Und zum Ende, ich will das am blödesten Macher... Snake Eyes muss nachladen. Okay. Das fällt damit also schon mal weg. Snake Eyes kann sich dann auch schon mal hier hin bewegen. Und Snake Eyes sollte vielleicht aufhören, von sich selbst in der dritten Person zu reden. Und... Äh, ich muss mal gucken. Ob... Das Mikrofon laut genug eingestellt ist, ist... Ich... Sieht so aus, als wäre ich ein bisschen leise. Naja, egal. Wird schon irgendwie zu verstehen sein. Ich brabbel ja eh nur die ganze Zeit. Mist. Ähm. Cash kann leider auch nicht wirklich helfen. Skektro hat noch Munition. Drücke aus. 96 sieht gut aus. Okay. Nice. Okay. Auch wenn nachschubt. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Nova müsste auch nachladen. Das ist so ein bisschen doof. Wir haben leider immer noch nicht Munition sparen. Ähm. Alles wieder im grünen Bereich. Und das heißt, dass uns extrem schnell die Munition ausgeht. Immer wieder. In jedem Einsatz. Drücke vor. Das heißt, dass wir dazu unterachladen. Wir haben, glaube ich, gerade keine aktiven Gegner auf dem Feld. Und... Nächste Runde kriegen wir wieder Verstärkung durchgewunken. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, durch dieses Tor. Ich glaube, diese grüne Lampe blinkt, wenn da Leute durchkommen. Ähm. Wir orten keine weiteren Feindkontakte bei der Kommandozentrale. Wie es aussieht, haben Sie diesen bereiten Säubert, Commander. Verstärkung ist eingetroffen, Commander. Das ist der letzte Trupp, den ich durchschicken kann. Ah, fuck. Das ist schlecht. Weil die Leute, die ich habe, auch schon alle ein bisschen angeschlagen sind und nicht die beste Ausrüstung haben. Und, 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 und. Also, ich habe zum Beispiel kein Laserpräzisionsgewehr, obwohl ich das unglaublich gut gebrauchen könnte jetzt. Okay. Dann seht ihr den nächste, den nächsten Abschnitt der Basis. Dann hat man diese tiefer gelegene Bucht, wo hier Aufzüge sind, durch die die Max anscheinend bei Einsätzen hochgefahren werden oder so. Keine Ahnung. Ähm. Also, so stelle ich mir das ja vor, dass das hier passiert. Das ist natürlich alles nicht genau erklärt, aber... Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm. Ja, und hier werden wahrscheinlich gleich wieder Gegner auftauchen. Rück geh vor! Hassan Ghaffar ist tatsächlich... Er kriegt tatsächlich ein Level-Ups. Es kann sogar sein, dass wir die, die Rekruten, die hier Level-Ups bekommen, dass wir die tatsächlich behalten dürfen. Also, dass die dann tatsächlich Mitglieder von unseres... Also, Mitglieder unseres Einsatzteams werden können. Zielposition bestätigt. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Zielort bestätigt. Erstmal müssen wir es hier an die Front bringen. Cash hat auch schon ordentlich was auf die Fresse bekommen. Von... Genau, da hat er selber einen Angriff gefahren, den ich vorher noch nie gesehen habe. Da war ich echt ein bisschen perplex. Ähm. Musste geheilt werden. Ich mach mich los. Aber zum Glück haben wir tatsächlich Scarecrow mit Medipacks. Machen wir es an. Ich mach mal die Tür auf, damit wir hier gleich auf Feldposten gehen können. Commander, Feindkräfte in den Belüftungsschächten bei der Meckstation. Ist das so ein Sektuit, oder? Ja. Okay. Noch einer. Der ging daneben. Noch ein Sektuit. So viele Sektuiden. Noch einer. Okay. Und ein... Ach, na toll. Zwei. Äh. Immerhin sind sie ziemlich weit hinten. Vielleicht können wir in der Zeit, die die Mechtoiden brauchen, um nach vorne zu kommen, die ganzen Sektuiden ausschalten. Wir haben auf jeden Fall Snake Eyes, die... ...Kinder ohne Deckung praktisch für umsonst ausschalten kann. Das werde ich jetzt auch exploiten, bis zum geht nicht mehr. Batsch. Zack und weg. In der Zone. Nächster. Hier geht, glaube ich, auch weiter in der Zone. Ich weiß nicht, ob man das immer weiter stacken kann. Ja, okay, kann man. Und... Ach nee, den da hinten können wir nicht sehen. Aber dann können wir den auf jeden Fall wegballern. Nice. Drei Kills in einer Runde ist schon ziemlich heftig. Jetzt hat sie zwar kommen noch Munition, aber ich denke, das ist verschmerzbar. Frage ist, soll ich mich hier verschanzen und warten, bis sie kommen? Einfach mit Overwatch, äh, also mit Feldposten warten? Oder soll ich vorrücken? Ich kann mir gut vorstellen, dass Cash nach vorne rückt. Sehr weit. Wenn wir diesen Sektuiden ausschalten, dann können die beiden Mechtoiden nicht mehr mit Schutzschilden versehen werden. Das klingt an sich erstmal nach einer exzellenten Idee. Ich weiß nicht, ob ich Bonus heilen soll. Das macht... Das bringt irgendwie nicht extrem viel. Hey, Bonus hat aber einen guten Schuss. Nice. Verstaunlich. Also, damit hatte ich jetzt nicht ganz gerechnet. Ähm... Mechtoiden haben keine Granaten. Das heißt, da... Ich kann ruhig... Mich um diese... Türen herum... Platzieren. Muss keine Angst vor Explosionen haben. Ähm... Ich... Versuch mal, Seng auf die andere Seite hier zu bringen, damit wir auf jeder Seite einen schweren Trupp haben. Leider habe ich keine schweren Laser. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht habe. Das ist zum Kotzen. Ah, ich habe so viele Waffen in der Waffenkammer und die werden alle nicht benutzt. Verdammt. Ich hätte die Tür vielleicht zulassen sollen. Dann hätten die Mechtoiden nämlich auch nicht sehen können. Da draußen ist irgendwas. Da sind sie. Oder da ist einer. Schade. Oh oh. Ich werde hier beschossen. Ja. Konnten wir beobachten. Okay, der hat jetzt auch keine Deckung mehr. Die Wand ist nämlich da weg. Nova. Nova macht mal ein bisschen Polozieren. Und ein bisschen Schaden. Ist auch gut. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Kann Bonus auch nochmal in Treffer landen. Das wäre eigentlich ganz nett. Jetzt müssen wir nicht die realistischen Hopelwaffen wieder rumhantieren. Das ist besonders bei gepanzerten Gegnern echt nervig. Snake Eyes kann womöglich sogar... Ähm... Sie müssen danach nachladen. Null Munition. Ich bin leer. Man hat... Hat es etwas Schaden gemacht. Cash's Position gefällt mir schon bitte nicht. Wenn der Sektorit hier runterfällt, bis hierhin geht, dann hat er Cash total flankiert. Ah, es ist schlecht. Cash bringt das Statt. Erstaunlich wenig gerade. Wunderbar, dass es ein wirklich guter Trupp ist. Das ist ein guter... Guter Soldat. Trägt ja momentan echt gar nichts. Die Poker-Rekruten, die ich hier habe, bringen auch nur begrenzt viel. Ich habe noch Seng. Seng bringt viel. Und mit Seng kann ich auch nie was anstellen. Ich muss hier nur nach vorne bringen. Gehegebene Koordinaten. So. Du warst auch Geld. Na gut, ich nehme es. Ähm. Ja, ne. Cash muss da weg. Cash muss da weg. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Jetzt wird er gegrillt. Ach, da ist der andere. Okay. Ich habe ihn gerade so gesehen. Das heißt, sie kommen beide über die linke Planke? Das gefällt mir nicht so wirklich. Ich hoffe, dass sie sich nochmal anders überlegen. Ein bisschen mehr auf die rechte Flanke drauf kommen, weil ich da jetzt mehr Truppen habe. Quatsch. Okay, Seng. Jawohl. Nice. Immerhin. Vier Punkte Schaden sind vier Punkte Schaden. Okay. Doppelte Bewegung. Der steht da jetzt unten irgendwie an dem Geländer. Wahrscheinlich da so. Was es nicht unbedingt viel einfacher macht, ihn zu killen. Wir haben auch keine Sicht auf den anderen. Verdammt. Was mache ich jetzt? Hier drüben ist echt fast keine Deckung mehr. Das ist kacke. Snake Eyes muss nachladen. Nova auch. Nobonus hat noch einen Schuss. Es könnte unangenehm werden, wenn der Mächtuit hier hochgeklettert kommt. Haben wir da Probleme? Ich glaube, ich lasse mich ein bisschen zurückfallen. Begebe mich auf Position. Bereit zum Angriff. Diese großen Pfeiler. Ach nee. Nee, ich dachte, das wäre stabilere Deckung. Aber das stimmt nicht. Aber diese dicken Pfeiler sind halt viel stabiler. Da hinter Deckung zu suchen ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Kann ich Cash noch irgendwo platzieren? Wohin möglich dann in der nächsten Runde. Naja, gucken wir mal, was Cash von da aus anrichten kann. Richtig gefallen tut mir das aber nicht, wie wir hier gerade stehen. Sehr defensiv. Commander, da ist etwas im Belüftungssystem des vorderen Zugangstunnels. So weit sind wir noch gar nicht. Habt ihr das gehört? Ja, Central war das. Oh. Ne? Noch ein Newton. Wir hatten vorhin schon mal einen. Ein Insektoide. Und noch ein Mechtoide. Jetzt hätten wir davon nicht schon genug gehabt. Also ich hab von denen schon genug gehabt. Na komm. 5 Punkte Schaden. Ist schon mal was. Ich hab ja keine Ahnung, wo der jetzt hier genau ist. Ob der immer noch da steht. Ein Bonus, das vielleicht daraus finden. Ich vermute mal sehr stark, dass der eine Mechtoide genau da steht. Und so blöd ist, die Treppe zu nehmen. Ich hab's an sich nicht besonders eilig. Geladen und entsichert. Geladen und entsichert? Wow. Du hast es drauf, Mädchen. Ähm. Okay. Gucken wir mal, ob Cash nächste Runde nicht ein bisschen Schaden anrichten kann. Okay. Das eng hat auf jeden Fall die Freizeit. Oh, 7 Punkte Schaden. Nicht schlecht. Das ist gut. Jetzt kommen wir dem Ziel schon mal ein bisschen näher wieder. Ja, ah ja. Oh, der hat die Treppe gefunden. Oh, Zang kann ihn spüren. Nutz die Macht, Zang. Okay, da sind noch einige Gegner mehr, die sich auch hin und her bewegen. Okay, wir wissen, der Mechtoide ist da. Und der andere ist, ich glaube, in dieser Ecke. Vielleicht kann Cashite von hier aus sehen. Nein. Das ist ja doll. Das Dumme ist, dass es halt zwei sind. Das macht es nicht gerade einfach. Zang könnte natürlich eine Rakete benutzen. Ich glaube, ich lasse hier mal mit Nova die Plätze tauschen. Rücke vor wie der Wind. Du kannst von mir aus auch wie ein Mensch verrücken. Das ist mir relativ egal. Ich muss jetzt gleich schon mal ein bisschen zur Seite gehen, falls nämlich die Deckung wegfliegt. Also falls die Gegner die Tür auseinandersprengen. Aber dann vielleicht ein bisschen mehr Leute in Deckung behalten. Ja, und ansonsten würde ich mich einfach wie ein Feigling weiter hier verstecken. Das bringt noch einen Plan. Schon wieder? Ja. Anscheinend haben sie sich dort gesammelt. Seien sie auf der Hut. Ja. Toll. Ein Newton. Ein Newton mit vier Punkten Schaden. Schön. Ein Newton mit guter Deckung. Das finde ich nicht schön. Und der dritte Mesh-Toyed. Das sind anscheinend die letzten Commander. Wir augen keine weiteren Feinde. Wenn wir die noch ausschalten können, ist das Hauptquartier sicher. Mhm. Das sind noch einige Gegner. Noch ein Mesh-Toyed. Oh, wie viele denn noch? Dann ist Cyberdisk. Hurra. Und? Noch eine. Okay. Nice. Okay. Okay. Seine ist leider noch nicht in Position. Nähere mich dem Ziel. Nächste Runde. So. 40. 80. Jupp. Scarecrow. Hau drauf. Ist ja immer schön, wenn wir den Gegner richtig platt machen können. Anstatt immer nur Schaden zu verursachen. Oh, schon wieder. Ah, okay. 61. Jupp. Nehmen wir. Dann wäre das Viech. Fast weg. Ja, muss er zielen. Immerhin. Hier nochmal Schaden verursachen. 50. Ja, nehm ich. Drei Punkte Schaden. Das Viech ist fast weg. Vielleicht läuft es uns ja auch noch in die, äh, irgendwo hin, wo wir mit der Rakete einfach Schaden anrichten können. Ähm. Der Muton macht mir langsam ein bisschen Sorgen. Der hat nämlich auf jeden Fall eine Granate bei. Und ein großes Gewehr. Und er macht Sank fast tot. Ernsthaft. Scheiße. Und da ist ein Sektor. Ja. Toll. Und da ist der Mächturid, der jetzt ein Schild hat. Ach. Daneben geschossen. Jetzt stehen da unten. Oh, oh. Der hat tatsächlich gelernt, wie sie die Kreppen platzen können. Das war so groß, dass ich wie Raptoren, die plötzlich Türen öffnen. Äh. Okay. Das war eine doppelte Bewegung. Sunny. Oh, meine, meine, meine. Ich finde das gerade ganz schön anstrengend. Ähm. Der steht direkt vor dir. Stupps ihn einfach an. Der kippt dann um. Komm. Mach's weg. Der ist keine Gefahr mehr. Das ist gerade seine eigene Deckung wegspotiert. Ne, jetzt ist nur die Tür. Okay, die Holztür hat es dann nicht. Naja. So, Sanitäter, bitte zur linken Planke. Verstanden. Zang will ich nämlich wirklich ungerne verlieren. Einfach, weil er so awesome ist. Okay, wir haben hier noch zwei Schüsse. Dieser Sektuid, das wird nicht so schön. Weil dann auch der Mechthuin-Schild weg ist. Auf dem war kein Kopf, Mädchen. Okay, wir haben hier einen, wir haben hier einen, wir haben da einen. Das können wir beide erwischen. Das ist jetzt die interessante Frage. Aber so garantiert nicht. Scheiße. Können wir vielleicht den Muton und den Mechthuiden erwischen? Sieht nicht so aus. Ich will die Mechthuiden da unten weghaben. Ich glaube, man kann es auf der Ausnahme nicht sehen, aber ich habe gerade ein Achievement bei Steam bekommen. Weil ich einen Gegner getötet habe, den ich nicht gesehen, aber durch die Verbesserung halt gespürt habe. Außer... Yeah. Okay. Überall nur schlechte Deckung, das ist so. Ja. Das ist dumm, dass ich Cash momentan zu überhaupt nichts gebrauchen kann. Das sowieso die Hälfte meines Strike-Teams irgendwie rumdümpelt. Gefällt mir nicht. Ach du Kacke. Plötzlich können sie die Treppen steigen. Ich weiß nicht. Verdammt. 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 Feind lebt noch. Oh, scheiße. Flankiert er uns gerade ernsthaft? Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, nein. Sie flankieren meine Position. Oh, nein. Oh, nein. Ah, ha, ha, ha. Seng ist tot. Scheiße. Hm. Ja. Schön. Damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Ich dachte, die hätten sich da unten festgebackt. Das ist kacke. Ja, mach's tot. Walsch. Okay. 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 Keine Munition mehr. Können wir einfach... Pistole? Piu-Piu? Ja. Müsste hinhauen. Okay. Oh, Mann. Bereit zum Angriff. Wir laufen langsam auf dem Zahnfleisch hier. Kertig nachgeladen. In Bewegung. Mist. Ich mache mich auf den Weg. So. Ich will mich jetzt erstmal eine Runde hier an meiner Truppen an der Front sammeln. Bin schon da. Und frühestens dann werde ich vorrücken. Wenn überhaupt. Okay. Ist wohl nicht ganz nötig. Die Gegner kommen zu mir. Und noch einer. Leckt mich doch, Leute. Der sich schon wieder da unten versteckt. Ernsthaft. Das heißt im Prinzip, dass ich meine Leute hier und wieder zurückziehen muss. Weil der mich sonst einfach flankiert. Ich muss erst mal nachladen. Nova könnte abdrücken. Was haben wir denn noch? Müssen wir jetzt auf der rechten Seite... Na ja, versuche ich meine Opa. Habe ich leider nicht gekehlt. Mist. Naja, das ganze Optimistisch bin ich gerade nicht. Und da kommt schon die Kavallerie. Oh nein. So. 10 Punkte Schaden. Aber niemand sonst kann das Viech sehen, ne? Was heißt mit der Feldpost? Ich werde jetzt ganz sicher nicht rausstehen. Ich bin ja nicht... Also ich bin nur begrenzt lebensmüde. Okay, Cash ist lebensmüde. Aber ich verbiete es ihm jetzt einfach mal. Okay, Insektuinenanführer. Ganz grauenhaft. Das könnte noch richtig eckig werden. Das ist nicht gut. Granate? Granate? Ernsthaft? Wer kann von da hin eine Granate auf uns werfen? Nee. Wo? Scheiße. Snake Eyes. Toll. Der ist jetzt unter... Klingens. Rot im Nebel. Wäre super. Aber was haben wir denn hier? 43. Treffer. Mal hin. Die Leute werden so lange im Krankenhaus verbringen müssen. Okay, killen. Sehr gut. Geht nach. Das Viech macht mir echt Angst. Mit Gedankenkontrolle? Wir sind... Wir sind... Wenn sich das Viech zum Beispiel Cash schnappt, sind wir total tot. Also so richtig. Weil... Was ich dann machen müsste, ist wirklich vor Cash weglaufen. Oder ihn töten. Wenn ich Cash töte, ist im Prinzip einer unserer stärksten Leute tot. Und vor Cash weglaufen wird ein bisschen schwierig. Ohne gleichzeitig den Aliens in die Arme zu laufen. Also das ist richtig gruselig. Okay, er verstärkt den Mechtoiden. Und man weiß jetzt, wo das Viech ist. Was soll das? Okay. Nur man muss nachhören. Da waren ja noch ein paar Gegner mehr. Ich glaube, ich batte einfach hier und verschadze mich. Das ist... Vorstürmen ist auch nicht wirklich eine Alternative. Rock and roll. Los jetzt. Snickers kann tatsächlich das Viech sehen. Aber nicht treffen. Ich glaube, die Tiere ziehen vor Richtung. Das Lenker ist nicht ganz so schlimm. Weil sie sich nicht gleichzeitig bewegen und schießen kann. Aber angenehm ist es trotzdem nicht. Noch eine Granate? Ah Mann, ist da in Deckung gegangen. Es hilft uns in der Situation sogar. Oh, Scheiße. Das Gute ist, Snackhiles kann sich nicht gleichzeitig bewegen und schießen. Das heißt, wir sind da einigermaßen sicher. Und sie ist verletzt. Das heißt, sie kann nicht annähernd so gut schießen. Das Dumme ist, wir werden hier gerade auseinandergenommen. Und ich sehe jetzt keine... Ich sehe jetzt keine besonders tolle Möglichkeit, um aus dieser wirklich... Wirklich schlechten Situation rauszukommen. Oh Mann. Und das meinte ich im Übrigen mit schlecht skalieren. Also der Einsatz ist hart, aber ich denke, auf normalem Schwierigkeitsgrad hätte ich ihn geschafft. Weil wir wirklich in guter Situation waren. Und jetzt habe ich mal auf Schwierigkeitsklassisch... Schwierigkeitsgrad... Klassisch? Sprechen. Jetzt habe ich auf Klassisch gedreht, den Schwierigkeitsgrad. Und die Ärzte treten uns so richtig in den Arsch. Ohne uns vorher um Adoptions zu fragen. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich überlege mir das zwischen den Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, ihr schaltet nächstes Mal ein, wenn wir... Ich muss es sagen... Womöglich einfach draufgehen und das Spiel verlieren. Was andererseits schon wieder ziemlich gut ist, weil das bedeutet, dass ich mein XCOM Let's Play fertig bekomme. Also ich habe jetzt nicht Iron Man gespielt, das heißt, ich könnte notfalls einfach wieder neu laden. Aber trotzdem, dann würde ich das Let's Play wahrscheinlich auch beenden. Und dann mit XCOM 2 weitermachen. Und zwar genau so. Also dann wäre der Übergang genau so, wie es halt auch in der Story beschrieben ist. XCOM 2. Haben die LTS gewonnen. Ich überlege mir, was ich als nächstes mache, in der nächsten Runde. Ja, ich habe geschaltet dann wieder ein. Schönen Tag.